Viel los war am Freitagnachmittag im Garten des noch amtierenden Wildeshauser Kinderkönigs Alexander Dünzelmann. Rund 50 Mädchen polierten hier bei schönstem Sommerwetter die mehr als 100 Plaketten der Königskette auf Hochglanz. Der scheidende Kinderkönig und seine Königin Anastasia Surmann tummelten sich derweil in dem bunten Treiben. Das vergangene Jahr haben die beiden in vollen Zügen genossen und als super toll und sehr abwechslungsreich erlebt. Bei der Organisation des Ketteputzens wurden Alexander und Anastasia tatkräftig von ihren Eltern Markus und Daniela Dünzelmann sowie Henning und Rita Surmann unterstützt. So mangelte es in Dünzelmanns großem Garten an der Goldenstädter Straße weder an Limo, Kaffee und Kuchen noch an lustigen Spielangeboten.